Geschütteltes Sprudelwasser Wie geschütteltes Sprudelwasser In alle Richtungen strömen sie aus, verteilt auf Tisch und Boden. Meine Gefühle. Alles Mögliche, was dem Denkapparat ausgelaufen ist. Als aufnahmefähiges Papier nimmst du dir meine Gefühle und saugst auf, wovon ich gerade so viel verbrauche. Saugst auf, was du gerade augenscheinlich brauchst. Und weil ich dir vertraue, wenn du den Deckel wieder schließt, dafür sorgst, dass Gefühlskurs nicht mehr kreuz und quer schießt, möchte ich weitersprudeln, damit du mich verbrauchst, weil ich das so sehr brauche.